Der Jan Lager ist Kampmeterer in den A-Kaps bei der dritten LB ist seinerzeit in Isten mit dabei. Seitdem geht es, glaube ich, Jutta-Operkaps-Gemeter. Es ist in erledigt ein zwölf Vertrag. Im Herbst endlich wohl der Landesweiter in der allgemeinen Klasse. Und heute möchte ich hier in der allgemeinen Klasse in Forschung und unterstützen unsere Pettershop-Hörner. Alle Beter! 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 Applaus 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 Applaus